Jean-Claude Moulevard, Jefferson, gelesen von Benjamin Finnen. Für meine Kinder, die mir die Augen geöffnet haben. Vorab bemerkt. Das Land, in dem diese Geschichte beginnt, wird von Tieren bewohnt, die aufrecht gehen, sprechen, Bücher aus der Bibliothek entleihen, sich verlieben, SMS schreiben und zum Friseur gehen können. Im Nachbarland wohnen die Menschen, die die klügsten Tiere sind. 1. Der junge Igel Jefferson Walden von Waldeck beendete das morgendliche Reinemachen mit einem gesummten Pum, 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 wie jemand, der sehr gut gelaunt ist. Als alles in bester Ordnung war, der Staub am Fenster aus dem Handfeger geschüttelt und die Kehrschaufel wieder an ihren Nagel gehängt war, stellte er seinen Backofen so ein, dass seine Rahmkartoffeln bis zu seiner Rückkehr gar sein würden. Dann zog er sein Jackett an, knöpfte es in der Mitte zu und bemerkte dabei, dass der Stoff spannte, weil sein kleiner Bauch etwas zu sehr nach vorn guckte. Mit den Keksen sollte er sich ein wenig zurückhalten. Er betupfte sich mit ein paar Tropfen seines Herrendufts Marke Unterholz, schnürte seine perfekt polierten Schuhe, indem er nacheinander seinen rechten und dann den linken Fuß auf den dafür vorgesehenen Schemel stellte, zog sich den Rucksack auf die Schultern und ging hinaus. Was ihn an diesem Morgen mit Freude erfüllte, war nichts Besonderes. Er hatte beschlossen, zu seinem Friseur zu gehen. Es war ihm schon bei der Morgentoilette in die Augen gesprungen, dass seine hübsche Haartolle über der Stirn ganz aus der Fasson geraten war. Und er hasste es, ungepflegt auszusehen. Er würde also in die Stadt gehen und seine Tolle wieder in Ordnung bringen lassen. Und er würde die Gelegenheit nutzen, um in der Bibliothek vorbeizuschauen und den Abenteuerroman »Allein auf dem Strom«, den er vorige Woche ausgeliehen hatte, zurückzubringen. Die Handlung spielte auf dem Orinoco-Fluss und der Held, ein junger Mensch namens Chuck, überwand mit unbezähmbarem Mut alle Gefahren. Einsamkeit, Hunger, Durst, Moskitos, Indios, Regen wie Gießbäche, unerträgliche Hitze, wilde Tiere, nichts konnte ihn aufhalten. Die Bettdecke bis ans Kinn hochgezogen und eine dampfende Tasse Früchtetee auf dem Nachttisch schlüpfte Jefferson in die Haut von Chuck und erwischte sich manchmal dabei, wie er beim Lesen die Faust ballte oder die Augen weit aufriss. Jedenfalls hatte der Roman ihn zwei Nächte hintereinander bis zum Morgen wachgehalten. Ganz besonders hatte ihm die Passage gefallen, in der Chuck, der im Urwald den Weg verloren hat, ihn mit der Sternmethode wiederfindet. Dabei schlägt man auf gut Glück eine Richtung ein, geht 50 Schritte geradeaus, und wenn man nichts gefunden hat, kehrt man zum Ausgangspunkt zurück und versucht es in einer anderen Richtung. Noch mehr hatte er die schreckliche Stelle geliebt, wo Chuck, halb verhungert, beschließt, seinen Hund zu töten, um ihn zu essen und so zu überleben. Doch im letzten Moment wird er vom Mitleid übermannt und lässt unter Seufzern von dem armen Tier ab. Beim Lesen dieser Seiten hatte Jefferson sein Taschentuch unter seinem Kopfkissen hervorholen und seine Augen trocknen müssen. Später in der Geschichte rettete der Hund Chuck dann das Leben, und das war ausgleichende Gerechtigkeit. Auch da hatte Jefferson weinen müssen. Das gehört zu den Vorteilen des Alleinlebens. Man kann laut und falsch singen, nackt herumlaufen, essen, wann man Lust darauf hat, und so viel weinen, wie man will. Es war ein strahlender Herbstmorgen. Jefferson schloss die Haustür ab, steckte den Schlüssel in seine linke Hosentasche, nahm sein Handy aus der rechten Hosentasche und schrieb folgende Nachricht. Lieber Gilbert, komme heute später vorbei, gehe erst in die Stadt zum Delikat, um meine Tolle richten zu lassen. Bin gegen Mittag zurück. Hab Kartoffeln im Backofen, falls du Hunger hast. Tschüss, Kumpel. Dann machte er sich freudigen Herzens auf den Weg. Was wollte er mehr vom Leben? Er war mit einer robusten Gesundheit ausgestattet, hatte ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und in Gilbert einen wunderbaren Freund. Außerdem lebte er an einem herrlichen Ort, am Rand eines großen Buchenwalds. Bis zur Stadt war es nicht weit. Er brauchte nur ein paar Minuten am Waldrand entlang zu laufen und einem abschüssigen, von Johannesbärsträuchern gesäumten Weg zu folgen und schon befand er sich auf der Landstraße. Jefferson folgte der Straße, Kurve für Kurve. War es, weil er in Gedanken noch immer bei Chuck an den Ufern des Orinoco war? Oder im Gegenteil, weil er sich jetzt schon in den Händen von Carola wehnte, die ihm im Friseursalon vor dem Schneiden das Haar schamponieren würde? Jedenfalls befand er sich wenig später, gleich hinter einer engen Kurve, in einer sehr unbequemen Lage. Ein Geländewagen, der aus der Stadt kam, schoss mit mindestens 120 Stundenkilometern auf ihn zu. Jefferson konnte gerade noch zwei Gestalten im Auto ausmachen. Zwei Menschen. Der Fahrer schien sehr groß und dünn zu sein und hatte einen rasierten Kopf. Es sah aus, als hätte er sich zusammenfalten müssen, um seine langen Knochen irgendwie auf dem Fahrersitz unterzubringen. Der Beifahrer war sehr viel kräftiger und trug eine Mütze. Seinen Ellenbogen hatte er aus dem offenen Fenster gelehnt. Der Fahrer trat voll in die Bremse, sodass die Reifen auf dem Asphalt aufheulten. Jefferson stieß ein schreckliches Quieken aus, machte einen Hechtsprung rückwärts und stürzte mit dem Hintern voran in den Straßengraben. Der SUV schlingerte und der Beifahrer brüllte aus dem offenen Fenster etwas, das mit »Idiot von einem Igel« anfing und mit einer Bezeichnung endete, die hier nicht wiedergegeben werden kann. »Selber«, murmelte Jefferson empört. Er sah, wie das Fahrzeug wieder beschleunigte und verschwand. Langsam stand er auf, kletterte aus dem Straßengraben, zog seine Kleidung wieder glatt und stellte fest, dass sein Hosenboden nass war. Er fragte sich, ob er nicht besser zurück nach Hause gehen sollte, um sich umzuziehen. Doch nach kurzem Zögern merkte er, dass er zu faul war, gleich wieder zurückzugehen. »Das trocknet am Tier«, sagte er sich. Er würde zuerst in die Bibliothek gehen. So würde seine Hose wieder trocken sein, wenn er sich Carola zeigte. Während er so seinen Gedanken nachhing, stellte er unwillig fest, dass sein Herz noch immer sehr schnell schlug. Der Unfall hatte ihn ganz schön durchgeschüttelt. Nur wenige Zentimeter hatten gefehlt, und es hätte geheißen »Goodbye, Jefferson«. So ist das Leben. Gerade noch fühlt man sich locker, heiter, unbeschwert, und fünf Sekunden später bricht alles zusammen. »Das Glück ist wirklich ziemlich zerbrechlich«, ging es ihm durch den Kopf, und er versuchte, an etwas anderes zu denken. In der Stadt angekommen, hatte er fast schon wieder seinen alten Schwung wiedergefunden, und pfeifend lief er die Hauptstraße hinauf, bevor er am Brunnen links abbog. In der Stadtbibliothek kannten ihn alle gut und riefen ihm mehrfach ein fröhliches »Und, hat es Ihnen gefallen?«, fragte ihn die Bibliothekarin, eine freundliche Ente mit herzförmigen Brillengläsern, als er allein auf dem Strom auf den Empfangstresen legte. Sie hatte ihm das Buch empfohlen. »Gefallen?« »Nein«, begann er. Doch als er sah, wie ihr die Mine entglitt, wollte er sie nicht länger ärgern und fuhr fort. »Es hat mir nicht gefallen. Ich fand es vielmehr großartig. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Tipp. Ich werde das Buch meinem Freund Gilbert weiterempfehlen.« »Ach, Herr Jefferson«, sagte die Bibliothekarin und wurde rot. »Sie haben mir richtig Angst gemacht. Es hätte mich auch gewundert, wenn Chucks Abenteuer Sie nicht gepackt hätten. Wenn Sie möchten, können Sie den Roman gleich wieder mitnehmen und Ihrem Freund überreichen.« Er bedankte sich, schnüffelte noch ein wenig in den Regalen herum und setzte sich dann mit ein paar Zeitschriften, in denen er sehr interessiert herumblätterte, in eine Ecke neben der Heizung. Eine halbe Stunde später verließ er die Bibliothek, allein auf dem Strom immer noch im Rucksack und den Hosenboden so gut wie trocken. Der Friseursalon Delicat befand sich ganz am Ende derselben Straße. Ein bescheidener, etwas altmodischer Laden, in dem höchstens drei Kunden gleichzeitig bedient werden konnten. Herr Edgar, der Chef, war ein ruhiger und gutmütiger Dachs, der in den Augen oder vielmehr in den Ohren von Jefferson einen unschätzbaren, seltenen Vorzug für einen Friseur besaß. Er konnte einem die Haare schneiden und dabei schweigen. So ging Jefferson schon seit vielen Jahren zum Delicat, stets sicher nicht mit Worten überschüttet zu werden. Er zog sein Jackett zurecht, reckte sich, atmete einmal tief ein und aus und räusperte sich. Was, wenn er Carola auf ein Glas nach der Arbeit einlüde? Eine gute Idee. Eine ausgezeichnete Idee sogar. Er würde einen Moment nutzen, etwa wenn Herr Edgar telefonierte, seinen Mut zusammennehmen und sagen, Carola, wann machen Sie heute eigentlich Schluss? Ja, weil ich mich gefragt habe, ja, also, ich habe mich gefragt, mich selbst so zu sagen, ob Sie vielleicht … Carola war die Nichte von Herrn Edgar und der, weil er langsam alt wurde, hatte sie eingestellt, damit sie ihm zur Hand gehen konnte. Jefferson fand es wunderbar, wenn sie sein Haar schamponierte und ihm die Kopfhaut massierte. Er fand es wunderbar, wenn sie ihn fragte, ob das Wasser zu warm oder zu kalt war. Und wie immer auch die Temperatur war, antwortete er stets, dass sie genau richtig sei. Sie hätte ihn tiefkühlen oder verbrühen können, ohne dass er etwas dagegen gehabt hätte. Wenn er auf dem höhenverstellbaren Sessel saß, der in Anbetracht seiner geringen Größe sehr hoch eingestellt war, schloss er glücklich die Augen und stellte sich vor, sie wäre seine Verlobte. Zwar hat allein zu leben, wie wir gesehen haben, eine Reihe von Vorteilen, doch zu weilen fühlt man sich dann einfach ein bisschen allein. Eigenartig. Die Tür ließ sich nicht öffnen, als Jefferson die Klinke hinunterdrückte, aber die Leuchtreklame mit dem Delikat-Schriftzug blinkte und der metallene Rollladen war hochgezogen. Jefferson versuchte, hinter den Gardinen etwas zu erkennen. Das Licht im Salon brannte. Eine Ziege in respektablem Alter schlief unter ihrer Trockenhaube. Alles schien in Ordnung zu sein, außer dass der Friseur, Herr Edgar, nicht zu sehen war. Auch von Carola gab es nicht die geringste Spur. Jefferson klopfte an die Scheibe und wartete. Dann klopfte er noch einmal lauter. Vergeblich. Schließlich erinnerte er sich, dass ein Fenster nach hinten hinausging und entschied sich, die beiden Flügel des Fensters standen offen, doch durch das Fenster zu klettern wäre eigentlich nicht richtig und Jefferson verachtete nichts so sehr, wie etwas Ungesetzliches zu tun. Schon immer hatte er sich bemüht, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, zum Teil aus staatsbürgerlichem Bewusstsein, vor allem aber, um der Wahrheit die Ehre zu lassen, damit man ihn in Ruhe ließ. Also ging er wieder zurück zum Eingang, klopfte erneut gegen die Scheibe und entfernte sich widerwillig, als sich weiterhin nichts bewegte. Sein Gewissen ließ ihn jedoch nicht zur Ruhe kommen. Was, wenn etwas passiert war? Wenn Carola in Gefahr war? Der Gedanke an die junge Dachsfrau bewirkte, dass er auf dem Absatz kehrt machte. Herr Edgar? Carola! rief er durch das offene Fenster und als niemand antwortete, nahm er all seinen Mut zusammen und kletterte hinein, auch auf die Gefahr hin, dass sein Jackett riss. Er fand sich in einem Büroraum wieder, der angefüllt war mit allen möglichen Flakons, Schachteln, Schaumspendern, Shampoos und Haarwassern. Das einzige Geräusch, das aus dem Salon nebenan kam, war der lokale Radiosender. Eine sich überstürzende Stimme rief die Zuhörer auf, sofort eine kostenpflichtige Nummer zu wählen, wodurch sie mit viel Glück überhaupt nichts gewinnen würden. Er ging langsam weiter und rief noch einmal, Herr Edgar? Carola? Hier ist Jefferson! Ich habe mir erlaubt! Die Ziege schlief noch immer fest unter ihrer Haube. Ihr offener Mund gab den Blick auf ein perfektes, künstliches Gebiss frei und an ihrem Kinn sickerte langsam ein feines Netz von Speichelfäden hinab. Offenbar schwebte sie in seligen Gefilden. Vielleicht träumte sie von ihren Urgroßzicklein. Jefferson umrundete den ersten Drehsessel, auf dem niemand saß, dann sah er die cremefarbenen Schuhe von Herrn Edgar, die mit der Spitze zur Decke zeigten. Man konnte sie unmöglich verwechseln. Profischuhe, auf die der gute Mann sehr stolz war. Er fühle sich darin wie in Pantoffeln, pflegte er immer zu sagen. Nach einem weiteren Schritt entdeckte Jefferson zwei parallel auf dem Boden ausgestreckte Beine, danach einen sorgfältig zugeknöpften weißen Kittel und dann... und dann... und dann... und dann... Vielen Dank.